hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde black ops 3 willkommen hier bei mir auf meinem kanal ob glück oder können win ist win abonniert mich like die videos und aktiviert die glocke damit habe ich alles gesagt ich hoffe dieses war das war mein magen ich hab dir das gehört ich habe doch ich habe ich habe vor stunden wirklich gut gegessen aber mein magen ja mal gucken ob ich jetzt eine bessere runde machen kann 1 2 3 das ist bloß nicht lesen nein hör auf du kannst nicht lesen du bist alt du kannst nicht lesen nur trau entschuldigung dieses nicht nette behalten tut mir wirklich wirklich leid so wir sind jetzt wieder bei einer weiteren runde ich hoffe ich kann euch unterhalten stelle mal lustig wird für euch müsst ihr keine angst haben dass nicht lustig ist ich werde sie lehren die 54i zu fürchten furcht ist eine kostbare gabe ich weiß dass kannst du das gebiet ist heiß alle kontakte als feindlich betrachten best outboard habe ich nicht gewandt wo nach dem auto ist nicht ausgeschaltet heute ist wieder einer der verdammt weiter Am Kippenwerfer! Na los, komm rein! Komm rein, komm rein! Keine Angst vor mir, ich sterbe so durchlaufen. Wenn ich mich jetzt hoch mache, sterbe ich, hm? Die schießen und schießen auf die Position. Mann, das mache ich! Ich kann die Waffe gar nicht glauben, oder? Der Versuch passiert! Ich kenne die Waffe gar nicht, glaube ich. Was? Oh, nein, oh, nein, dass die Flasche es nicht war. Oh, nein, nein. Ist das, was ich mache? Unter mir, oder? Unter mir, seid ehrlich. Okay, ich würde sagen, wir stören bei... Scheiße, das ist nicht. Einfach mal das Haus. Eins, zwei, ich bin ja schon drin. Okay. Das hat aber mit mir geruck. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich weiß nicht. Gleich links oder rechts, ich weiß nicht. Sie sind erledigt. Ähm, ja. Was soll ich jetzt da tun? Ja, Alter, ich lobe gegen... Scharf, Schätze! Runter! Alle Feinde auslöschen! Ich wusste nicht, dass man sich an der... an der Wand verstecken kann. Ne, na, wieso wir nicht? gut. Da rufe ich, jetzt. Geht's nicht hin. Was gut war, weil es gut war. Bleib mal von hinten. Ich bin da hochkonzentriert. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich bin da hochkonzentriert, und nicht zu schlafen. abgeschossen ausgeschaltet weiter ja da machen wir doch mit halt doch unser Speck knallen wir jetzt ab das glaub ich nicht feindliche Drohne gesichtet hat sie erledigt bestätige den Abschuss ja wir haben jetzt einen xbox controller warum das ist feindliche Drohne sie sind äh gängert mich jetzt lassen wir uns markieren aus hier schnell ich bin so schlecht weiter 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 so so das war's für sie ähm hallo warum hat sie was getan hab ich mir was getan hab ich mir was getan oh genau wie besprochen gute arbeit damit hätten sie rechnen müssen aber hell so was ist mal jetzt ist die Frage 3 2 1 oh das ist gerade arrogant oder bin ich gar nicht auf dem Treppchen bei den Verbesserungen bestand nie eine Chance jetzt machen wir noch mal das Gesicht ja mach das Gesicht ja ja ok er ist wiederum ok 17 zu 10 1,7 1,7 1,7 kann man grad so durchgen lassen ich hoffe es gefällt euch was ihr seht 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 accool blaues outfit o das war mein magen glaube ich ok das ist jetzt nicht blau äh ok das ist nicht ganz blau ich habe es vergessen wie es aussah gefällt mir aber nicht gut nicht wieder nein redwood kommt schon kinder redwood tut mir doch den gefallen okay das heißt in diesem video gehen wir wieder auf diese karte und diesmal also laut meiner eigenen Black Ops 3 Statistik mit meiner eigenen im Kopf verstandene weil die Runde für mich gut war die nächste für mich mies sein hey ho let's go hey ho let's go naja 4 gegen 3 geil ist doch easy und ja ich hab ne kleine wir werden siegreich sein sie werden sterben genau die richtige Waffe mittlere Distanz schnell genug nicht zu schnell bereist kein Ziel CVP Einsatzgebiet heißt Waffen bereithalten ich hab jetzt ein bisschen zähl so was da immer so einrande aber wo wir die Box angefangen da ist ein Punkt zähl dann kommt es raus ja man zieht's oder hey zu meiner Ausrede ich hab ne geile Ausrede du rachig ich hab ne geile Ausrede ich bin alt ich weiß nicht wie viele Gamer die 30 sind aber ja ich bin alt ich bin weil ich bin 30 ich geh auf die 40 zu das ist ne geile Ausrede ohne Chance das ist doch die beste ey ich bin einfach nur alt die Lechse lassen da die Kills auf der Xbox hey man nein nein er hat nicht geduscht die Kills auf der Xbox alter also jedes TUD der ich hatte am Anfang so Probleme den hab ich eigentlich immer gut gekillt also der Kills ist auch nice ich zähl sogar noch meine Lieblingsblatt die Drohne nähert sich Ausgeschaltet Miate Nah Nommage ausgeschaltet ja hab ноч gesagt nicht Sniper. Thermal. Alter. Mein Hassobjekt Nr. 1. Oder mein Hassobjekt Nr. 1. Sniper mit Thermalvisier. Ich komme auf die Leute nicht klar. Okay. Keiner. Okay. 2 zu 1. Also für dich 1 zu 2 für mich. Nein. War da einer? Och nee. Och nee. Was hast du genommen? Messer? Soll ich das auch machen? Ich weiß ja nicht so, dass ich das nicht kann. Weniger Gegner. Noch weniger klar. Okay. Letztes Video. Nicht sehr viele Mitspieler. Das ist zwischen gut und schlecht. Liegt aber auch daran, dass ich das Video um 2.43 Uhr aufnehme. Nein. Nein. Was war das? Ich bin das. Früh morgens. Ich bin müde. Neee. Kinder. Mein Hals schwillt an. Mein Hassgegner ist da. Oh. Nein, 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 danke, danke, danke. Das war Lust Verdammt, ich bin total durch den Wind Ehrlich? Hä? Was ist mit meinem Kopf los? Wieso habe ich aufgehört zu schießen? Es ist früh morgens Und wenn ihr alt seid wie ich, ist es nicht wirklich eure Uhrzeit gerade Ich habe die geilste Ausbildung gefunden, also ich bin nur schlecht, weil ich alt bin Weil ich natürlich, natürlich schlecht bin in dem was ich tue Ich komme wirklich nicht klar Wollt ihr mich eigentlich jetzt verarschen? Haben wir überhaupt noch Leute in der Gruppe? Ich bin nicht 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 Ich wollte gar nicht wechseln Okay, ich geh lieber weg Er ist ohne mich besser dran Braucht mich nicht Nein, nein, nein Ach komm schon, komm schon Das steht irgendwie 2 zu 3 Ich meine 2 gegen 3 Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Noch einmal Jaa, wir sind 3 3 3 gegen 3 Vollstrecker Gotti says Was ist das? Also, ich hab sogar Ich habe aber gesagt, ne Die Runde davor war gut Und die gibt uns genau das Gegenteil, was er gegenteilt hat. Sie sind erledigt. Nein, ich hatte gerade meine Richtung. Ja, bei den Schuss gehört man, ehrlich. Oh, ich bin zu voll am Jamann, ey. Ich bin so voll am, ey, also ey. Ich bin aber gar nicht so, ey. Ich lächle gerade, sieht keiner so gut an. Ist glaube ich eine Bemüdung. Haben wir überhaupt ein Herz, einen Gegner? Ja, klar. Ehrlich, Mann? Ich mag ihn nicht. Ich mag diesen... Ich mag diesen... Ich glaube, ich war wirklich gerade extrem müde. Ey, Kinder, das ist keine Ausreden. Doch, das ist eine Ausrede. Das ist eine tolle Ausrede. Huh... Och, na, na, na. Ich wäre sowieso gestoppt. der ist erledigt diesen kampf verlieren wir nicht ich reiße so oft bei dem Anfall auf dem Spiel ach so was war das ok also danke schon mal voraus fürs zusehen wieso lösen meine immer aus also wie ich schon mal voraus gesagt habe wo läuft es bei mir einer der läuft ist immer von mir auf jeden Fall ja gucken wir mal wie schlecht ich war ansonsten werde ich mal danke für mich abonniert meinen Kanal das ist oft klick oder können win ist win trainieren eignen Glocke aktivieren Ziel erledigt du hast dich mit dem falschen angelegt mein Team hat gewonnen ich bin sogar noch zweiter ne gut wir waren nur drei das war jetzt ne Aussage ey oh ich bin müde ich bin müde das war ne Aussage ey okay also gefühlt waren die anderen besser ja das ist jetzt dreimal okay ähm nicht so gut toll ihr könnt es ja selber lesen danke nochmal fürs zusehen und Peace mir Ex ich du